Gartentipp April 2021 und ich möchte euch jetzt etwas ganz schönes zeigen. Schaut, Rasen im Umbruch. Ihr seht hinter mir hier Günsel, Gundelraben, Pelis, also Müllerblümchen. Das ist ein Miniflor im Anfang. Und ich sage euch, im Sommer, wenn es Hitze ist und ihr kein Wasser geben wollt, der Blumenrasen, der wird grün bleiben. Das ist der ganze Anfang, den wir haben. Wir haben hier hinten noch die Partie, wo ein wenig Moos ist. Das Moos nehmen wir mit den Maschinen raus und sehen die Blumenwiesen noch nach. Und dann gibt es eine wunderbare Sache. Wenn ihr Freude habt, an der Umwelt respektive, ihr wollt etwas für Biodiversität machen, dann lasst das Zeug stehen, gehen mit der Natur und machen die Natur. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen in eurer Blumenwiesen. Euer Gallus Ottiger.